Frei flottierend durch ein Bild gehen, ein unersättlicher Blick über viele Zäune. Als ich im Leipziger Völkerkundemuseum zum ersten Mal einen japanischen Paravent, einen Biobu, ausgestellt sah, war der erste paradoxe Eindruck der einer chaotisch ausbalancierten Ordnung, ein Wimmelbild, wie es aus vergleichbaren westlichen Tafelbildern uns so nicht vertraut ist. Dass es ein Bild, ein Tafelbild ist, scheint unbestreitbar. Doch sogleich locken die Zweifel, ob es nicht mehr, und noch etwas anderes ist. Das Japan der Edo-Zeit, 1603 bis 1868, also ein Zeitraum von gut zweieinhalb Jahrhunderten, kannte offenbar keine Museen. Die Idee des Museums, wie wir es kennen, ist ein aus dem westlichen Sammel- und Repräsentationsbedürfnis hervorgegangener Prozess der Säkularisierung. In Japan zirkulierten künstlerische Objekte in der Privatsphäre wohlhabender Händler oder im Orbit der kaiserlichen Macht. Es war eine exklusive Kunst. Zu jenem ersten Eindruck des Wimmelbildes gesellt sich ein zweiter. Eigentlich ist es eine Reihe von Fragen. Was geschieht mit einem Kunstwerk, wenn es seines ursprünglichen Zwecks, dem privaten Zeitvertreib und der intimen Schaulust, beraubt und in einem Museum westlichen Stils ausgestellt wird? Mit anderen Worten, wenn der intrikate und eigentlich unveräußerliche Zusammenhang zwischen dem Auftraggeber, Betrachter, und dem Raum, in dem es für wenige Auserwählte zu sehen war, aufgelöst wird. Gemalt ist dieses Bild auf einen Paravent, der den Betrachter erfreuen und fesseln soll. Anders als ein Roll- oder Tafelbild steht dieses Gemälde frei beweglich im Raum. Mehr noch, der Paravent beschirmt den Raum und spaltet ihn auf, trennt und vervielfältigt ihn je nach seiner Beschaffenheit und wechselnden Lichtverhältnissen. Weil er ein Klappschirm ist, kann er als eine zusätzliche gerade oder gewinkelte Wand, wie eine Kulisse oder wie ein Schiffsbuk, den Raum teilen und das Raumgefüge insgesamt beeinflussen und tatsächlich auf den Kopf stellen. Etwas salopp könnte man sagen, der Paravent ist der Budenzauber des Raums. Die isomorphe Darstellung der chinesisch-japanischen Malerei, der zufolge alle Figuren, ob nah, ob fern, für den Betrachter gleich groß sind, setzt unser gewohntes, perspektivisches Begreifen außer Kraft. Das Spiel und die Binnenspannung von Vorder-, Mittel- und Hintergrund greift hier nicht mehr. Der Blick, und genau das ist wohl die Absicht des Künstlers beziehungsweise der Wunsch des Auftraggebers gewesen, soll frei schweifen, flottieren können. Die lockeren Einhegungen, Zäune, Gitter, Matten, sammeln die einzelnen Gruppen und bündeln sie zu Erzählungen. Die hier sich tummelnden Gestalten sind sozial und zeremoniell streng voneinander unterschieden. Sie sind nicht gleich, aber gleichwertig. Hinzu kommt, dass der wie schwebende Blick über die gesamte Szenerie ist gestattet, über die gemalten Hindernisse hinweg zu blicken, wir also mehr sehen dürfen als die Figuren selbst. Daneben regulieren die geometrisch streng gesetzten Abtrennungen entlang der Straße den ästhetischen Fluss des öffentlichen Lebens. So erfüllt dieser Klappschirm nicht nur die Funktion eines Sichtschutzes je nach Laune seiner längst verblichenen Besitzer, sondern thematisiert durch das Zusammenspiel von Gemälde und Möbel die Dialektik von Verbergen und Enthüllen in vielfältiger Weise. Der Schirm macht uns, die wir mit der Kultur der Edo-Zeit nicht näher vertraut sind, zu Zeitvoyeuren. Welche Szenen sich hinter diesem Bandschirm abgespielt haben, bis er Ende des 19. Jahrhunderts von dem Leipziger Sammler Schäube nach Europa exportiert wurde, dies auszumalen, gehört ins Reich der Literatur und des Films. Unsere Lesegewohnheit folgend gleiten wir von links oben durch das Tableau, wo eine nach mindestens drei Seiten offene, überdachte Holzbühne aufgebaut ist. In rot-schwarz-goldene Kimonos gekleidete Frauen tanzen um zwei in der Mitte sitzende Musikanten. Die bogenden Bewegungen der eleganten Tänzerinnen lassen trotz ihrer kostümierten Uniformität durchaus individuelle, zart-erotische Haltungen erkennen. Ihre Gebärden fügen sich zu einem kontrollierten Taumel. Sie genießen ganz offenkundig das Rondo ihres Auftritts. Nicht minder lebensnah sind die um die Bühne Versammelten. Sie sind nur teilweise Zuschauer. Einige scheinen das Spektakel nicht groß wahrzunehmen, sondern verschaffen sich nicht unähnlich den ausschweifenden Melomanen-Besuchern die italienischen und französischen Opernhäuser des 18. Jahrhunderts eigene Show-Auftritte in diesen prächtigen Rahmen. In diesem Ausschnitt, der wohl ein damals noch von Kortisanen gespieltes Kabuki-Theater darstellt, verblüfft die Dichte der Diversität, die Vielfalt der einzelnen Verrichtungen und Auseinandersetzungen. Fast scheint es als ob das Geschehen, die Erzählungen, die Fedivers und Anekdoten vor der Bühne eine größere Bedeutung haben als das Theater selbst. Der anonyme Künstler dieses Paravents kennt ein erstaunlich weitgefächertes Repertoire an rituellen Handlungen und Belustigungen. Er liefert uns ein buntes Bild von High and Low, Kortisanen, Akrobaten, Zauberer, Theaterleuten und Bettlern. Er hat ein untrügliches Auge für das Dekor und nebenbei bemerkt auch für unsere Schaulust, in dem Intimität und öffentliches Auftreten raffiniert miteinander verbunden sind. Es sind Handreichungen, Libationen, zeremonielle Gesten und Auftritte, Verbeugungen, Huldigungen, spielerische Attacken und diskret verhüllte Verehrungen, die hier dicht an dicht stattfinden, in einer räumlichen Abfolge, die aber ebenso als eine zeitliche vorgestellt werden kann. Nicht zufällig hat die japanische Spielform des Comics, eine zeitraffende Bilderserie, das Manga, bereits im späten 17. und 18. Jahrhundert seine ersten virtuosen Auftritte gehabt, ein Genre, das bis heute lebendig geblieben ist. Lenkt man seinen Blick auf den im Paragu oben rechts gelegenen Ausschnitt, fällt das raffinierte Zusammenspiel von musikalischer Präsentation und Puppenspiel auf. Der Zugang durch zwei Türen scheint, wenn nicht verriegelt, so doch mit einigen Auflagen verbunden zu sein. Nicht minder bunt setzt sich das Treiben auf der unteren Bildhälfte fort, gewissermaßen auf der anderen Straßenseite, die mit neuerlichen Einhegungen lockt. Aufschlussreich für den interessierten Laien, als welchen ich mich betrachte, ist der Hinweis auf den verborgenen machtpolitischen Kontext eines solchen Bildes und des Objektes selbst. Timon Screech, der sich seit Jahrzehnten intensiv mit der Kultur der Edo-Zeit befasst, analysiert ein dem Leipziger Paravent sehr ähnliches Gemälde derselben Straße in Kyoto am Ufer des Kamo. Screech schreibt Die Stadt der Arbeit Selbst wenn sie nach getaner Arbeit zur Zeit der Muse gezeigt wird, ist nicht mehr zu erkennen. Das zeitgemäße Amüsement wird hier zelebriert mit seinen neuesten Trends, mit aktuellen Errungenschaften und Zerstreuungen, wie es sie bis dahin noch nicht gab. Man weiß nichts über die Schöpfer dieser Paravents. Sie sind durchgehend gut und kostspielig gemalt und offenbar für wohlhabende Besitzer gemacht, vermutlich reiche Händler, die aber von der Macht ausgeschlossen waren, insofern sind sie populär. Sie zeigen überwiegend Kuriositäten schauen, Theater und Tanz, ganz im Gegensatz zu den Handrollen, welche das geschäftige Treiben in sauberen Straßen darstellen. Die starrsinnigsten Herrscher wollten derlei ausrotten. Der Daimo von Kaga, dem größten Bezirk des Landes, ließ aus seiner Stadt alle Orte vergnüglicher Begegnungen sperren, gehorsame Individuen würden ohnehin dergleichen verschmähen. Und der große Arzt Otsuku Gendaku gab zu Protokoll, das Flottieren, ein Schlüsselwort für sexuelle Freizügigkeit, zu verachten. Die Politik des Shogunats, also der kaiserlichen Macht, und der meisten Daimo war es aber, Spaß und freizügige Beziehungen zu erlauben, diese aber an Orte außerhalb des gewöhnlichen Verkehrs zu verlegen, wo sie nur danach ein weiteres Schlüsselwort zugänglich wären. Die Bilder zeigen genau diese Verschiebung, in denen Gehorsam der Zeitvertreib von der Arbeit abgetrennt wird und somit auch die ganze Stadt und die Städten shogunaler Macht gezeigt werden müssen. Die Formulierung spätere Vergnügungen war chinesischen Ursprungs, chinesisch Hule, japanisch Koraku, und wurde nach Japan von einem emigrierten Gelehrten der Ming-Zeit eingeführt. Er nannte auch den Vergnügungspark eines Hohen Daimos, der direkt außerhalb von Edos Zentrum angelegt war, den Garten der nachträglichen Vergnügungen, Koraku-En. Ein derartiger Zeitvertreib war erlaubt, wenn bestimmte formelle Verpflichtungen erfüllt und die alltägliche Arbeit verrichtet waren. An bestimmten Orten jenseits der Arbeitsstätten wurde dies zugelassen. Die Zeit danach durfte vielfältig genutzt werden. Man konnte sich sexuellen Ausschweifungen mit Freunden hingeben. Die Wandschirme hingegen zeigen öffentliche, für alle zugängliche Orte städtischer Frivolitäten. Dies nannte man die flottierende Welt, Floating World. Besser noch, da es immer mehrere davon gab, flottierende Welten, Ukiyo. Moderne Historiker verwenden die Metapher des Sicherheitsventils. Erhöhter Druck ist dann zulässig, wenn er wieder entlassen werden kann. Die Menschen der Eddo-Zeit hatten ihre eigenen Analogien, um die flottierende Welt zu beschreiben. Ein Fisch, so sagten sie, kann in reinem Wasser nicht leben. Oder, wenn du auch noch den letzten Schmutzfleck aus einem Kästchen herausschabst, wirst du es zerbrechen. Diese Sprachbilder finden sich selbst in den Schriften der Herrscher wieder. Sie erklären, dass eine unbarmherzige Regierung sich selbst ruiniert und dass der anerkannte Herrscher, Mekum, immer den Zeitvertreib danach erlauben wird, jedoch außerhalb der Machtzentren, die davon nicht befleckt werden sollen. Soweit Timon Screech. Im Licht dieser Beschreibung zeigt das Leben und Treiben, wie es auf dem Paravent dargestellt wird, nicht so sehr städtisches Leben als vielmehr dessen verworfenen Teil, den Blick hinter die Kulissen der züchtigen Stadt. Es ist ein Trombeleu weniger der Kunst als des sozialen Lebens. Das Geheimnis dieses Paravents wird nicht gelüftet, weil der private Raum, den er einmal verhüllte, uns für immer entzogen ist. Das Museum birgt dessen Hülle für unsere Schaulust.